Mein Name ist Dr. Michael Pautner. Ich bin der Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie hier am Saarlander Klinikum Offenbach. Die operative Versorgung von Bauchwandbrüchen ist eine der häufigsten Operationen, die wir vornehmen. Diese Bauchwandbrüche treten am häufigsten im Bereich der Leistenregion auf, seltener auch am Nabel oder auch nach Bauchoperationen als sogenannte Narbenbrüche. Die Diagnose kann in der Regel sehr sicher und zuverlässig mittels einer körperlichen Untersuchung gestellt werden. In einigen Fällen ist allerdings eine zusätzliche Ultraschalluntersuchung oder auch eine Computertomographie sinnvoll. Um einen Bruch sicher und dauerhaft zu beseitigen, ist eine Operation in der Regel mit einem Kunststoffnetz erforderlich. Wir sind deshalb heute in der Lage hier am Saarlander Klinikum Offenbach für jeden unserer Patienten eine individuell angepasste, also quasi maßgeschneiderte Versorgung zu gewährleisten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017